Digitaler Unterricht fördert Eigeninitiative, Kreativität und Medienkompetenz und geht einfacher als sie denken. Wikipedia weiß alles? Nicht ganz. Welche Inhalte noch fehlen, erfährt man unter Wikipedia Artikelwünsche. Hier suchen sich ihre Schüler Themen aus, zu denen sie im Internet recherchieren. Die Ergebnisse können sie mit Word, PowerPoint oder Excel ausarbeiten und präsentieren. Dabei lernen sie auch gleich, wie wichtig Quellenangaben sind. Sie prüfen die Recherchen und die Schüler laden ihre Artikel bei Wikipedia hoch. Toll, wenn die eigenen Texte dann im Netz zu finden sind. Das macht stolz! Nutzen sie die Möglichkeiten des Internets und unsere multimedialen Angebote. Cornelsen – so digital, wie Sie es wünschen. UNTERTITELUNG ых